da war auf hey 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 ich weiß nicht hi youtube hi mit dabei ist ok ja mit dabei ist heute der bei nick hallo er ist voll motiviert müsst ihr wissen er ist richtig motiviert er hatte die idee aufzunehmen jetzt muss er auch motiviert spielen doch du hast gesagt doch ja das habe ich gesagt und du hast gesagt ja dann nimm doch jetzt auf 8x1 dann ging er hey bist du das? nein bist du nicht bist du nicht, bist du nicht gut so wow ich bin bei karate noah Karate noah der ist gut, ich kenn den der ist riecht auch ganz gut privat jetzt kannst du ihn ganz gut privat nein privat kenne ich kaum einen aus der badwars szene besser gesagt nur einen ja meine mutter woher weißt du das? hacker, er weiß was er weiß, er weiß halt, dass ich, ne er weiß, dass ich meine mutter, ne enjoy bun enjoy bun ja nicht aktiv, aber sie spielt halt ey, soll ich mich zu pink bauen? soll ich den auslöschen? soll ich den auslöschen? gut, dann lass ich's, dann lass ich's kriegst du den kill? kriegst du den? ne, hast du noch nicht er macht sich schwer da, er macht sich warte, er kommt, er kommt, er hat brust, er hat brust pass auf, er ist da, er ist da, er ist da ja, du wirst gefickt alter locker wirst gefickt ich sagte doch, er ist gut er hat die größte range auf erde wenn er sich jetzt zu mir baut, naja, ich sag dir ich remove die freundschaft, wenn ich überhaupt eine mit dem hab ne, hab ich nicht, ich hab nen Bow so, dann kann ich den abfacken als ob der das wirklich macht na, in die Mitte, okay, das ist dann halt noch viel besser, für mich man kann auch einfach komische Geräusche im TS machen man, scheiße ich bin grad zu inkompetent ja nicht, ne lüg nicht du sollst so lügen, hat deine Mutter dich so erzogen? na gut hey, der ist doch fast da ja ja gut, Bow Aim hat mich mal wieder verlassen oh danke was also, bis ich jetzt da einbaue not just reached nigger, alter nee baue ich halt zu ihm oh Aim is real, alter ja, er er kann mich eh nicht kriegen er kann mich eh nicht kriegen abhalten vom Bett kann nämlich eh nicht mehr ach, er hat ja kein Bett mehr ich werd ihn jetzt alle drei Meter spammen und abhalten vom Bett kann nämlich eh nicht mehr ach, er hat ja kein Bett mehr, boah bin ich dumm gg 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 an mich ich wollt sein Bett haben alter, das Bow Aim ist echt nicht scheiße er ist richtig scheiße er guckt da schon durch, man, und ich schaff es nicht ihn zu treffen ich mach jetzt Block Bug ah fuck eh, oh man oh Junge boah ich mich halt über den ich spam jetzt hier alle Blöcke damit voll und bau die gleiche ab, dann kriegt er die Ehre in die Fresse nö, alter 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 FUCK DICH AB er ist halt wirklich ja, wenn das mein ernst ist ja, wenn das mein ernst ist mhm, was wenn das mein ernst ist, ha mhm, was wenn das mein ernst ist, ha warte warte OH FUCK ich will ja nicht sterben ich will ja nicht sterben ich will ja nicht sterben mitm boah warte 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 das hat's richtig hart ein auf Abfucker ich bin halt mal hinterher jetzt du bist weh ich ist grad direkt hahaha so wird die Abfucker eigentlich noch vorher ja jetzt nur noch bow aim haben aber das bräuchte ich auch er schreibt mir NGG2 aber der Spam hahaha hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi schreib mal was schreib mal was schreib mal was oder das halt du dass halt das verdienst zu gewinnen HHH NEEE Ich hab ihm ja als freund ...тиh다� monster der kommt Der kommt der kommt hinter dir hinter dir als ob ich ihn ... hitler 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 HMM Okay, ich brauch mehr Cockwraps. War halt richtiger Abfuck jetzt von mir, aber ich wollte halt die Runde. Fertig. So. Ich hab keine Picke. Er kommt und er hat fully gewinnt. Hä, wo kommt denn der? Ich seh den nicht. Ach da. Er kann halt nicht, er kann halt nicht diesen einen Block da. Ja. Enjoy my range. Lol. Brauch sein Bett ab. Geht grad nicht. Jetzt brauch sein Bett ab, schnell. Ja, hast du. Oh, GG. Alter, dieser Abfuck. Ja, das war's mit dieser Runde. Könnt ihr einen Like da lassen. Ja, vielleicht hat bald der Nick auch einen Kanal. Dann pack ich ihn, nachträglich in die Beschreibung. Hashtag GG. Okay, ja. Bis zum nächsten Mal und chill mit euch. Ja.